Ein Tag, ein Ziel, die ganze Welt. Am 15. September 2018 ist World Cleanup Day. Menschen in 150 Ländern befreien die Erde von Müll. Werde Teil einer der am schnellsten wachsenden Bürgerbewegungen unserer Zeit. Gemeinsam haben wir die Kraft, etwas zu verändern. Machen wir die Welt zu einem saubereren Ort. Mit einer Wirtschaft, die nachhaltig erfolgreich ist. Was wir brauchen? Digitale Technologien und Menschen mit Unternehmergeist, die anpacken. Wir erstellen eine globale Landkarte des Mülls und räumen ihn weg. Tragt dazu bei, dass Deutschland Teil dieser globalen Aktion ist. Davon hat jeder etwas. Ihr als Unternehmen zeigt, dass ihr eine Vision habt und Nachhaltigkeit lebt. Wir räumen die Welt auf an nur einem Tag. Und das ist erst der Anfang einer Welt ohne Müll. Wir machen's.